Wir haben ja noch 50 Sekunden, guckt noch mal kurz unter Attribute, ob alle Specs so sind, alle Attribute so gespielt sind, wie ihr wollt, teils sind, kauft euch eure Glancing-Pots, im Idealfall habt ihr sechs Stück davon in der Tasche, guckt auch, ob eure Leisten vernünftig sind, das richtige Bier angezogen wurde, Aber die funktionieren auch, da liegt doch dauerhaft keiner. Und da hausend läuft da ein Schwein rum, das hat einen Questmarker für mich. Geil Alex. Das verschwindet aber, da war allerdings auch Brimstone und meine Züge. Ich denke schon, wie sollt ihr es noch zwei, drei Quest voll machen, bevor wir da losrennen? Richtig. Dann kriegen wir so ein Bad. Und dann die Polter. So, auf geht's Leute. Wie gesagt, schneller Weg zu B. Guckt, dass ihr über Bonefire euch da in die Position direkt einfindet. Wir wollen direkt Druck auf den Spot haben. Wie gesagt, Gruppe 1, 2 geht wieder auf den Spot. Lasst euch da nicht in irgendwelche Fights verwickeln. Wir wollen auch B-Fighten. Wir wollen schön auf den Baseball. Wir wollen hier richtig drunter auf den Baseball. Und da hinten sind die Fights schon wieder viel zu weit außen. Der erste Push muss voll auf den Spot gehen. Der erste Push darf nicht irgendwo in die Karpaten gehen. Ich sehe euch da viel zu weit außen. Vomate. Michael. Harriston. Von hinten. Ich lege auf. Alessin. Was? 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 Ich nehm Marco. Peter. Ich nehm Marco. George. Grab of Harris. Ja. Wir haben hier weiter... Ich bin weiter auf 6 Uhr. Boah, das lag, ey, ich kann die nicht richtig spielen. Schass. Von 12 Uhr sammeln sich. Achtung, jetzt kommen sie wieder rein. Oh, das war's nicht mehr. Das war's. Ich bin wieder auf 6 Uhr drauf. Gut, ich halte dich. Markus, Sekundorf Alex. Das beginnt sich alles. Alles Richtung 12 und 9 Uhr. Macht sie weg. Sieht sie mit, der Spot ist immer noch bei 50%. Ich hab gesagt, wenn wir 50% haben, will ich den Spot behalten. Komm, den kriegen wir jetzt. Sekundorf Warten. Ich bin immer noch 6 Uhr, ja. Sekundorf Warten. Sekundorf Warten. Hm, 8 Uhr. Ich bin jetzt mehr auf 3 Uhr. Jetzt bin ich tot. Du bist tot, okay. Kann man noch rein? Ja, ich muss wieder abdrehen. 12 Uhr, 12 Uhr. Alex, komm. Ja, ich muss mich da rausziehen. Ich geh jetzt wieder rein. Ich geh jetzt wieder rein. Nein, ich muss das Video abbrechen. Das ist zu laggy. Ich glaub, das geht nicht. Lass euch da nicht schweifen. Leben ist Pflicht jetzt. Über 6 Uhr. Leben ist Pflicht jetzt. Über 6 Uhr. Sekundorf Alex wieder. Ich bin wieder da raus. Die Kollapsen hier. Über 12 Uhr. Vor dem wäre ich nicht viel. Ich hab ein paar Drohne drin. Vor dem eigentlich noch viel. Ja. Den vor dem wir haben Sekundorf. Sekund hab ich. Okay. Ich hab Valeria wieder. Danke. 2 Uhr. 3 Uhr. 3 Uhr. 4 Uhr. 3 Uhr. 3 Uhr. 4 Uhr. 4 Uhr. 4 Uhr. Valeria ist Single. Auch Flash gezogen. Hat alles gezogen. 4 Uhr. 4 Uhr. 5 Uhr. 5 Uhr. Ich bin tot. Alles geht. 5 Uhr auf dem Punkt. попen zu rein. 5 Uhr. 5 Uhr. 5 Uhr. 1 Uhr. 2 Uhr. 3. 1 Uhr. 6 Uhr. 5. 2 Uhr. 5. 4. 6 Uhr. 6 Uhr. 6 Uhr. 2. dann die Ice Wars der auf 6 Uhr kommt jetzt erstmal eine Fahrrad in die Mitte dann können Markus ja wohl danke schön die Fallen gerade der ist nöbel dins und ich verzinkt den answälde nöbel das jetzt sobalics Das mit den Peacons funktioniert nicht, ich lege den Peacons so gut wie es geht immer auf Valeria jetzt. Ich werde jetzt schneller. Ich habe alles rausgehauen. Komm wir bleiben, den haben wir jetzt. Ich stehe, ich bin so. Wer schreckt denn immer so? Ja lasst sie gleich mal. Macht mal die Hörner nebenbei. Wir gehen auf A, ne auf B, quatsch. Machen wir uns die Hörner. Ja boah, ich höre die Tauschen. So, die Willis gehen auf die Tore. Die an den Toren stehen. Ich glaube ich nicht. Ich war? Alles braucht's Tor. Dann mache ich eine gute Hörner. Ja. Aber so lange gerade nichts ist, wird es schon fast. Ja, wir haben die Dinger umgefangen. Tore auf, Hörner runter. Wenn die Hörner weg sind, alle Tore auf. Wenn die Hörner weg sind, alle Tore auf. Wenn die Hörner weg sind, alle Tore auf. Will ich einen vernünftigen Income haben, alle Glansings voll rein. Wir haben ein Spiel drüben noch. Das ist weg. Hins noch. Gut, sie hat auch mal Fässer gekauft. Sehr gut. A braucht noch was. Gruppe 3 A, bitte ruhen. B ist auch auf. Pass auf, da kommt gleich. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Zieht euch ein bisschen zurück an den Toren, wenn die offen sind. Baitet die Leute. Gruppe 3 geht rüber zu A. Die wollen ja direkt reparieren. Achtung. Wenn die reparieren wollen, haltet die davon ab. Wenn A offen ist, und die Hörner weg sind, dann gehen wir rein, Leute. Ein blöder Bogenschütz. Ich gehe oben durch. Ich höre die immer ein bisschen hier. Wenn jemand da mal ein bisschen stinkern können. Ja, das macht ja hier. So, A ist jetzt gleich auf. A wird gegengerappt. Keiner da oben, ne. Will er rappen, ne. Lasst die ruhig gegenrappen. Wir warten die Zeit noch. So, A ist jetzt offen. Und dann will ich alle reinsehen. So, rein mit euch, Leute. Rein mit euch. Glancing und rein am Abdaft. X5 Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin auf 6 Uhr. Willkommen. Ich bin jetzt in der Betonette. Ich bin gerade nicht harte, Lex. Alles gut, Markus. Ich bin Valeria. Zu viel auf dem Spot. Und wenn du guckst, dass ihr wieder reingeht, außen, guck, dass ihr euch in den Hochzeilen vorstellt habt, ja, wir haben einiges an Zeit. Ich denke mal nachzukaufen, jetzt muss ich gerade sein. Komm wieder. Komm wieder. Geh wieder auf den Spot, 6 Uhr. So, sehr schön. Der Spot kickt wieder von uns, das heißt, ihr müsst euch nach innen ziehen. Seid da clever. Lacht euch steil, die Seite fallen so ein bisschen mehr Platz ist. Schöne Kiers hier. Ich bin bei Markus. Da kommt jetzt ein riesen Income vom Respawn. Lass euch ein bisschen vom Spot fallen. Fuck. Ihr müsst das Smart spielen, Leute. Ihr müsst den Respawn im Blick haben. Guck dir das an, wenn du einen Pressure hast oder so. Nee, ich hatte einen Leck und bin in 2. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Fuck, 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 was war krass? Danke. Let's go! Hm? Weiss am V-Tour! Weiss am V-Tour! Weiss am V-Tour! Weiss am V-Tour! Ich hab Ruhe gezogen! Alles gezogen! Ich hab dich! Der Master of Coulard! Ich hab Aleria! Oh fuck! In der Wacklane vom Wind! Ich hab dich gut! Genau, 6-Log! Achtung, der Harris der Bartet! Hm? Spielt das auch gerne ein bisschen von Spot Meg! Auch die On-Spot Leute! Zieht euch ja ein bisschen nach links und rechts! Nisch! Die ganze Zeit auf dem Spot stehen! Ich stehe hier! Ober 12 kommt wieder viel rein! Ich krieg denn alles holen! Da ist Harris hier! Der muss man! Der Harris da und sehr gut! Angeschrien worden! Ja, du kommst! Oh! Wir denken hier weiter auf dem Spot! Wir machen dann grad'n You-Fly! Oh! 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 Shit! Ja! Ich bin nicht mehr rausgekommen! Ich stand jetzt geklammt hier! Ich hab drei Sekunden! Ich bin gleich wieder da! Ich bin auch wieder da! Nur eine Sekunde! Ich bin gleich wieder da! Wir müssen am Leben bleiben, Leute! Ich bin da! Ich muss mir mal ein Fest kaufen! Ja! Ich auch! Ich hab meine schon verbraucht! So! Wir haben hier weiter ordentlichen Druck! Die Collapse auf dem Punkt! Das heißt, die gehen da vom Punkt runter! Und dann will ich einen Gegenspike sehen! Die Leute, die von außen reingehen! Wir lassen uns da zu leicht abkommen! So! Gucken wir mal! Jetzt kann mich nicht rein da! Da kann ich nicht rein! Nein! Niemand von uns! Jetzt! Los! Kommt! Kommt! Ich bin drin! So! B ist 3! Ich hab ne Eiswoll gesetzt! Alle B rein! Vorsicht! Der Domain am... Abmierstor! So! Guckt, dass ihr von Schmola eure Toren bekommt, Leute! Ich krieche jetzt zu viel Druck! Ich bin hier alleine! So! Ich stehe auf dem Spot! Nicht! Ich hab mal! Ja! Brenne auf 6 Uhr! Meine Connection ist grad richtig schlecht! Ich hab dich loopt! So! Und jetzt will ich den Spot wieder ticken sehen! Mach mal Valeria! Super! Super! Gut! Ich hab einen noch verheißen Gesicht gehabt! Schnell noch! Achtet darauf! Passt auf! Lasst euch da ein bisschen weit! Okay, Markus! Uff! Da kommt wieder einiges über über die Zeit! Wir dürfen wahrscheinlich nicht so weit mehr! Kommt! 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 Oh! Fuck! Wir sind hier auf der Platz! Da kamen jetzt grad schon wieder eine Gruppe. Ja! Die sind alle auf den Punkt! Die sterben da auch! Na nicht so richtig! Wir sind da zu wenig! Wir sind da zu wenig! So irgendwie! Nicht konzentriert genug drauf! Also wir müssen jetzt zusammen darauf gehen! Wir sind vorne bei B zu wenig! Ja! Ja! Da war jetzt ein bisschen dünner! Ja! Ja! Da sind wir viel Druck und immer drauf gewiesen! Leichter eine Gruppe! So! Dafür ist der Timer hier drin! Müsst ihr automatisch sehen! Wenn ihr auf dem Spot steht! Müsst ihr euch automatisch ein bisschen wegfallen lassen! Ja! Wird irgendwie eh wie geladen wird schon! Wird irgendwie eh wie geladen wird schon! Ja! Wir sind jetzt auch kurz vom Tor! Ich bin auf 6 Uhr jetzt. Ich bin drüben. Jetzt machen wir mal ein bisschen Druck hier. Komm der Flanger. Oh, 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 oh. Hier, der habe ich. Ich bin auf 6 Uhr. Oh, fuck. Oh, shit. Da stand ich zu weit drunter. Wenn ihr reinkommt, ihr wollt sportorientiert spielen. Aber wenn der Respawn kommt, wollt ihr vom Sport orientiert spielen? Scheiße. Warum nicht richtig ran gerade, ey? 10 Sekunden. Ich bin nicht angestellt, wie ich gerade hier. Kommt wieder Respawn, Leute. Das heißt, entweder drückt ihr dann Richtung Treppen oder ihr lasst euch ein bisschen nach hinten fallen. Immer noch auf 6 Uhr. Ich bin tot. Schickkowski. Ich muss da ein bisschen raus, sonst gehen die alle auf mich wieder. Fuck ey, warum bin ich jetzt hier gesprungen? Da ist gerade Nutz am Punkt. Ich denke, der steht hier draußen. Ich bin mit dem Eis hier drin. So Leute, wenn ihr mit euren Gruppen gestorben seid, sammelt euch in euren Gruppen wieder und geht gemeinsam rein. Wir müssen hier ein bisschen mehr Pressure kriegen. Es bringt nichts, wenn ihr einzeln reinlauft. Im Moment sind hier zu viele Einzelaktionen. Ja. Hier passiert viel zu viel alleine. Wir wollen viel konzentrierter in den Gruppen. Ich hab auch Flash und Drohne gezogen. Ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich alles gemacht. Komm. Also wir brauchen mehr Druck. Irgendwie zu wenig Leute zusammen auf dem Punkt. Ja. Und wie zählt jetzt gerade ein bisschen? Wie läuft alles sücht umher hier? Ja. Wir müssen uns mal irgendwie sammeln und konzentrierter da reingehen. Kommt ihr euch an den Turmina und geht gemeinsam rein. Fahrt gemeinsam. Gut. 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 Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ich baue nicht auf Kulon. Oh, der hat aber hart und hier wird es so. Oh, haben wir das tot? Oh, nee. Ich sammle dich um, die Stimmgruppe. A wäre jetzt offen, da ist alles frei. A ist komplett frei. Ich bin auf sechs Ohr wieder. Komm mal wieder vom Bären. Sehr gut, sehr viel Druck, sehr viel Druck. Was sehr gut? Ich zentro, ne? Ich bin auf zwei hier. Das ist Detonates, Achtung. Nee, die Singles. So sieht man toll. Danke. Die Stimm ist ab, die Stimm ist drin, die Stimm ist drin. Und drücken, wird man hier raus. Oh, der ist zu weit weg. Ja, es ist auf der Platz, dass ich reingelaufen bin. Markus, du stehst zu weit hinten. Das ist wahrscheinlich schon zu viel. Vielleicht kannst du reinlaufen und über das Tor gehen. Ich bin schon die Treppen abgelaufen, aber die sind... Aber ich bin jetzt hier, komm, komm, komm. Oh, schade. Ich habe 16, 15 Sekunden. So, jetzt haben wir mal einen guten Vive gemacht, Leute. Schöner Vive auf 12. Jetzt bin andere Papier hier auf dem Sport. Mal gucken, ob der Chip zu macht, kriegen wir. 5 Sekunden, 5 Sekunden. Ich komme gleich mit. 5 Sekunden, 5 Sekunden, 3 Sekunden. 5 Sekunden, 3 Sekunden. Oah, scheiße. Ja, aber mir reinkert die Whisper doch bis. Ja, die konnte ja je müssen. Spielt die Gegenspike, wenn ihr den Gegenspike habt, dann haben wir es. Dann haben wir hier weiter gepumpt. Ach, Mann, scheiße. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden. Ich habe dich. 5 Sekunden, 12 Sekunden. Wenn auf 6 Uhr wieder. Der Punkt tickt wieder für uns. Ein bisschen fallen lassen, Richtung 6 Uhr. Lasst euch da nicht kriegen. Die werden da auf dem Punkt wieder kollapsen immer wieder. 20 Sekunden für den nächsten Ui-Sport. Ja, komm mal. Voll angeschrieben, aber ist vorbei. Sehr schöne Clear-Sets. Sehr schön. Ben auf 6 Uhr immer noch. 12 Uhr oder was? Überm Sport. Überm Sport, Leute. Da steht viel zu viel Heiler rum an den Hör. Ja. So, we still come. Das heißt, wieder ein bisschen auf die Treppen achten. Da kommt wieder einiges runter. Wir müssen runterziehen. Ich hab Sackle auf alles gelegt. Sie sind jetzt. Sackle mit Markus. Sackle mit Valeria. Die Dicken auf dem Spot. Und jetzt will ich. Wenn ihr den Vibe auf dem Mitten auf dem Spot habt. Ich stehe jetzt die Quelle nicht raus. Scheiße, Mann. Und dann alle Füße auf dem Spot. Dann gehört das Ding. Ich hab noch eine Vorlage nach Hause gekriegt. Kommt, 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 Jungs. Ich will keinen Sinn nicht auf dem Spot sehen. Keiner mehr runter. Alles auf dem Punkt. Ja, 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 komm. Jawoll. Jawoll. Sehr geil. Sehr geil. Ja, ja, ja. Vielen Dank.